Hallo und herzlich Willkommen zu Let's Play Team Fortress 2. Heute mit Richard. Guten Tag. Wir spielen heute mal das Halloween, äh Halloween genau, Halloween Event bei Team Fortress 2. Und guck mal was uns erwartet. Ich hab bis jetzt noch nicht so die Planung wie das alles funktioniert, aber Richard kennt sich schon ganz gut aus. Der ist jetzt heute so die Unterstützung. Ja, als Praktikant. Es ist halt ein neuer Stil von Doomsday als Sonderzustellung und es ist halt die Aufgabe dieses Ticket, was unten in der Mitte angezeigt wird, zu holen und zum Lift zu bringen, der sich am Ende der Karte befindet. Und wenn man das geschafft hat, wird man in eine Dimension teleportiert, wo man in einem Auto rumfährt und große Köpfe haben. Man kann entweder Fußball spielen, ähm auf Plattform bleiben und versuchen nicht runterzufallen, ich weiß jetzt nicht genau wie das heißt. Und das letzte ist einfach Enden sammeln. Also Punkte sammeln. Und die Punkte sind dargestellt als Enden. Okay. Vielleicht sehen wir das jetzt noch, weil unser Team gerade versucht zu capturen. Ja, bei mir sieht man einfach nur wie ich die ganze Zeit irgendwo reinlaufe. Und dann hebt er so die Hände nach oben und ich werde von irgendeinem Gegner abgeschossen. Naja gut, ich kann mich ja noch verbessern. Ich habe jetzt auch ein bisschen länger nicht mitgespielt, aber ich hoffe das geht jetzt. Mit diesem Update sind halt auch neue Hüte und kosmetische Gegenstände zu zukommen. Zum Beispiel ein tolles Outfit für den Magic, das ich dir zeigen kann. Ich bin damit geworden. Draußen. Hier. Ja, warte. Gucken. Geh dich nicht, wo bist du? Ich bin gerade tot. Ich switch gerade durch, um zu gucken ob ich dich finde. Ich bin Medic. Ich glaube ich finde dich nicht. Egal, jetzt lebe ich wieder. Wo bist du jetzt? Äh, vor dem Spawn. Sind wir noch im selben Team? Nein. Nee, wir sind ne Gegner Teams. Ich komm rüber, warte. Ah gut. Ich komm rüber, ich komm rüber. Oh, schön. Ich habe mir gerade zwei geholt. Oh, da fliege ich echt weit. Bist du schon tot? Nee, ich leb noch. Oh, ich habe sogar schon drei Leute getötet, seitdem wir große Köpfe haben. Jetzt läuft's langsam besser. Also wie immer noch einspielen, obwohl ich den ganzen Tag spielen würde. Ich habe nichts anderes getan. Klingt doch nach nem schönen Leben. Oh, ich habe was gefunden. Die stattliche Schutzwand. Ist das ein Schild für Demoman, oder? Äh, ich glaube ja. Habe ich jetzt gerade nicht ganz so viel drauf geachtet. Wenn du gerade beim Lift bist, dann siehst du so ein großes Auge, das auf die Gegner feuert. Warte, das guck ich mir mal an. Ach da! Ja, ich glaube ich sehe es. Das ist aber jetzt gerade weg, ne? So, das ist jetzt dieses Entenrennen. Also da muss man die Enten sammeln. Okay. Und wer die meisten Enten hat, wer die meisten Enten hat, gewinnt. Okay. Äh, komm schon. Oh, ich bin gerade aneinander ziemlich knapp vorbei. Ich glaube ich habe aber gerade eine andere bekommen. Mhm. Mit Rechtsklick, äh, kriegst du halt zum Cryptoost. Womit du halt dem Kart mehr Schaden machst und dann die Gegner weiter wegsteuerst. Okay. Gucken, ob ich das bei einem bekommen. Oh ja. Oh ne. Scheiße. Ich habe das bei einem wollte ich das machen und dann hat der mich rausgeschmissen statt umgekehrt dadurch. Warte und jetzt muss ich doch irgendeinem so vor das Auto rennen, ne? Ähm, ja. Zumindest glaube ich das, um wiederbelebt zu werden. Ne. Nicht ganz. Du musst einfach vor das Auto rennen. Okay, ich hab's geschafft. Bleib einfach mal stehen, ich versuch dich anzufangen. Ich hab's schon, ich hab's schon. Anzufangen. Ach Mist. Aber das macht extrem viel Spaß, mir in diesen Wagen zu fahren. Ja. Nein. Alter war das knapp. Ich bin grad auf diesem Rand bin ich drauf gegrindet quasi so in der Art und ganz knapp nicht runter gefallen. Schade ich kann nicht durch den Boden durch. Wo bist du? Entschuldig. Das als Geist. Ey, ich stell mich mal genau in die Mitte. Oh, jetzt müsste ich genau in der Mitte stehen. Ich glaube, wo sind Rote? Da. Okay, ich leb wieder. Der fliegt auch wieder. Oh, wie fängt er sich da umkissen. Komm schon. Wenn wir dich am Sponsor sind, dann kann ich dir mal zeigen, wie ein dieser neuen Items aussieht. Okay, gerne. Jetzt haben wir gewonnen. Ey, wir sind doch gar nicht Team Blau. Äh, Team Rot. Ich mein ja. Nö, bei mir steht Team Blau gewinnt. Warte, jetzt bin ich in Team Blau. Wir sind bereits verloren. Warte, bist du... Ja, warte. Willst du eben in Team Blau joinen? Ja. Okay, warte. Welche Waffe wolltest du mir zeigen? Ähm, ein neues Ausbild. Okay. Oha, das sieht cool aus. Hm. Nice. Und du bist grad Medic, ne? Ich bin grad Medic, ja. Ja gut, dann rennen wir am besten mal die ganze Zeit hinterher. Gute Idee. Ja, gute Idee. Du hast die Tickets. Geh sie zu dem Topf des Strongman! Versuch dir mal so einen Zauber zu holen, falls du so einen Zauberbuch hast. Äh, wo krieg ich diese Zauber her? Dieses Zauberbuch, äh, es gibt halt so kleine Lampen, die leuchten. Ah, okay. So was. Ah! Okay, ich hab's. Umbildar aktiviert, das ist halt eine echt schlimme Tasse, muss ich sagen. Ja. Ja. Oh, den hab ich schön geholt grad. Wow. Ich stand grad auf diesem Teil, als der Hammer da drauf geschlagen hat. Extrem lustig. Ich bin extrem cool. Äh, jetzt würd ich grad mal gern mit dem. Ah, ich find grad Haar auf der Tastatur nicht. Ach, da, okay. Oh, das haut aber Damage. Mhm. Wo ist doch von der Centric angetötet? Ja. Leider. Das ist jetzt halt jetzt mit dem Plattform. Der sagt dir halt, auf welche Plattform die gehen musst und die fliegt halt nicht runter. Okay. Ich hoffe das hinzubekommen. Go, 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 go! Hits that one! Was? Also du blinkst halt und da musst du drauf bleiben. Oh, okay, okay, okay. Und gerne fliegen halt runter. Nein! Ganz knapp, ich war auf der anderen Seite. Also von den... Dinger. Okay. Ja, genau. Danke, das Wort hab ich gesucht. Ich suche halt irgendwie den letzten Überlebenden, dass wir mich anfahren wollen. Go, 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 go! Ja, ich bin auch wieder angefahren worden. Genau! Ohne Spaß. Das glaubt man doch nicht. Ich wurde jetzt angefahren, bin wiederbelebt. Da hat mich einer direkt wieder runtergekickt. Und genau dann sind die Plattformen weggegangen. Und was halt noch dazu geführt wurde, ist der Saisonhammer. Den kann jeder benutzen. Das gilt für Engineer als Schraubenschlüssel. Das gilt für Medic als Segel. Für Scout als Schläger. Hm. Ich weiß jetzt halt nicht die Stats von ihm, aber einer meiner Freunde hat ihn schon bekommen. Okay. Und er sagt, man muss beim... Bei diesem Autofußball muss man Tore schießen. Und dann gewinnt man... Und dann kriegt man den. Aber ich hab das schon dreimal hintereinander gemacht. Und immer einen reinbekommen. Aber bis jetzt noch keinen bekommen. Okay. Und ich glaube ernst. Und ich glaube jetzt, dass der... Dass man das einfach nur so irgendwie bekommt. Also random. Okay. Wo bist du langgegangen? Ich bin unsichtbar. Achso. Okay. Ich bin ein unsichtbarer Medic. Ich bin... beim Turm. Oh, ist das ein... Schlechter Demoman. Er versucht... Den Scout mit vollem Leben zu töten, aber wird... Wird er noch gekillt. Obwohl er... Ein sehr wenig Leben du noch hast. Als das hier zu ziehen greifst du einfach weiter an. Solche Leute verstehe ich nicht. Die sterben lieber anstatt sicher zu spielen. Ich meine... Es gibt ja diese Sorten. Die machen einfach rein auf Rambo und rennen dann rein. Oh ne. Die Zauber bringen mich nicht noch um, weil ich die Taste nie finde. Oh, den hab ich mir schön geholt. Beziehungsweise mein Teamkolliger hat ihn ja glaube ich bekommen. Ja. Ach, das schon wieder. Hm. Ich glaube schon mal vollkommen, dass irgendwie dreimal dasselbe hintereinander kam. Okay, momentan liegen wir recht gut vorne von den Enden, ne? Hm. Hm. Ich hab ja auch schon wieder auf, dass mein Ping extrem steigt. 137, das geht doch nicht. Ist ja grad 49. Das geht. Ich hab doch normalerweise einen von 23 oder so. Ja, ist halt manchmal nicht so gut. Ich hatte auch schon bessere Pings, aber... Ich glaub bei Lan, da sollte das immer gut sein. Ist okay zum Spielen. Ja, nicht mit 5. 2, 1, 2, 1. Komm schon. Wie ich immer so einen Millimeter an den Enden vorbeikomme. Das ist unfassbar. Fantastisch. Ich durfte die ganze Zeit gehen und dann wundere mich, warum ich taunt es. Tschüss. Komm schon, komm schon. Eine Ente, eine Ente. Ja, danke. Ich glaub, dass wir wieder verlieren sind. Die anderen haben nur die Enden ein. Alter, was ist das für ein Zauber? Ich fliege. Aber ich flieg hier raus. Wie steuer ich das? Oh, ich bin grad noch wieder reingekommen. Das war krass. Also, um wieder hoch zu lenken, da steht, du kannst dich nur mit BRFD lenken. Okay. Es wird ihn echt noch ändern. Ja. Ich denke aber, es ist nicht so schlimm. Also, ich stell' mich, glaub' ich, schon einigermaßen gut an, mit den Umständen entsprechend. Ja. Ja, schön. Ich würd' sagen, das ist ja jetzt eigentlich ein schönes Ende. Deswegen würd' ich sagen... Mit einem schönen Sieg. Ja, ich denke, demnächst werde ich wieder ein bisschen mehr Teamvorschuss 2 spielen. Wobei jetzt demnächst erstmal vielleicht nicht, aber danach auf jeden Fall wieder. Und wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst auf jeden Fall eine positive Bewertung da. Und ein Abo, um die nächsten dann nicht zu verpassen. Und bis dann, schönen Tag noch. Und tschüss.